Die ersten Spieler stehen auch im Spiel, die anderen Spieler spielen auch im Spiel. Auf geht's! 3, 3, 1, let's go! Oh, Raid, schön. Schöner Schuss nach vorne. Oh, schöner Schuss nach vorne. Raid, schöner Schuss nach vorne. Uichi? Nein, 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 braucht ihn, ja. Ah, schade, er wollte ihn blocken. Ei, das ist aber heute... Es ist auf jeden Fall ein etwas... Schnelleres Spiel, ich komme gar nicht hinterher halt. Uichi. Raid, spielt, oh, Uichi, ja, spielt ihn hoch. Ah, nicht so, wie es eigentlich sein sollte, aber gut. Uichi, blockt. Sascha, spielt vor, nochmal. Und, äh, wird geblockt. Stupi? Ah, leider nicht. Und... Morki? Nein, Sascha, macht ihn rein. Taa, knapp. Knapp, 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 knapp. Ah, nee, doch, doch, ganz knapp. Uichi war ganz knapp, dann aber sehr den Leiter drüber gelopft. Na, nur noch einen Tag erstmal ein bisschen. Komm, Schau, mal Zeit. Ja, Uichi, spielt ihn hoch. Ah, was noch da? Ah, über Luft hin, schön. Weiter, er hat den zweiten hat ihn... Ah, den dritten. Ja, spielt ihn in die Mitte. Komm, den in die Mitte. Ah, wurde geblockt. Kommt durch. Kommt nochmal durch. Oh, 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 oh. Ah, blockt ihn, schön. Und, ja, spielt ihn in die Mitte. Nein, er wollte ihn wahrscheinlich... Ah. Ah. Schön, Uichi. Nimm den. Spiel den in die Mitte. Ah, schade, nee. Oh, schön, schön, schön. Okay. Oh, Rage. Rage. Rage den. Ah, doppel, doppel. Nein. Weiter nicht. Walking. Rage, spielt ihn. Nein, hoch. Ah, ja, er nimmt ihn. Ja, spielt ihn. Nein. So, Keren, Giochi. Sascha. Oh, Sascha macht ein. Nein, nein. Ich glaube, das war so nicht geplant. Von Sascha, dass er ins Eigentor fliegt. Das... Ja, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ist blöd gelaufen. 1,1. Mal schauen, wie es weitergeht. Rage, nein. Oh, ja, ich glaube, sie wollen den Fehler auspassen. Ah, stupid. Ah, Rage, Rage spiegelt ihn in die Mitte. Ja, nochmal. Ja, 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 ja. Schönes Tor. Schöner Double-Tapen, muss man sagen. Ja, den schön unten links rein gedonnert. Ja, und was ist der? Nämlich, nimm den. Nämlich, nimm den, nimm den mit vor. O, der ist... Oh, der ist vor, ja. Nimm den, nimm den mit vor. Ja, na, ne. Ja, 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 ja. Ja, Block den. Schön. Kommt ins Eck. Geht schön in die Mitte. Oh, schöner Block. Sascha. Sascha. Schöner Block. Ah, der ist aber trotzdem noch gefährlich. 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 Oh, 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 oh. Schade. Quarry. Ja, Sascha. Oh, Sascha drückt ihn durch. Oh. Oh, okay. Ganz gefährlich. Ja, Quarry macht ihn ein. Quarry macht ihn ein. Ganz klar. Beinschöner Fass. Ja, da konnte er, da war er falsch gestanden. Kunde er nichts machen. Kunde er leider nichts machen. Mal schauen, wie sie das weiter die Spiele verneut. Schöner Pass nach vorne. Wurde gestört. Walkie, 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 Walkie. Oh, schöner Safe. Schön, 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 schön. Gerade in der letzten Sekunde. Ja, Race. Ah. Okay. Was gab es noch? Was gab es noch? Oh, 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 oh. Ganz gefährlich. Ganz knapp. Ganz knapp. Oh, 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 walkie, walkie. Ah, keine, ah, schade. Oh, 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 walkie, walkie. Ah, keine, ah, schade. da ging in der sagt alles von büß wahrscheinlich aber schön ist nur von joji muss man sagen schönes bastille bereits als man muss schon sagen das läuft schon läuft läuft relativ gut muss ich sagen race schöner touch joji schön nach vorne gebracht leide ich ja er kommt durch nein er wird aufgehend schön in der mitte schön auch nein schöner touch das war ein wunderschön das was schön gesehen wofür erst spiel 20 sekunden noch ich denke der erste spiel können die gelaufen sein wenn sie jetzt nicht wenn sie jetzt ganz knapp aber ich denke zehn sekunden ja wenn sie noch eins schaffen ist gut aber ich glaube das spiel ist ja außer sie werden natürlich jetzt ja doch da wird haltens gewinnt mit 42 zu viel ein cse saschka noch mal ja schön 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 vorgespielt saschka spielten vor woki kriegt ihn leider nicht noch mal er hat auch er geht ihn durch ihr kriegt ihn durch noch mal ja schön 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 das bockbild 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 von wegen backboard benutzt ja qwerty ja ja schön naja er verhaftet sich gerade ein bisschen mit den tasten erscheint das war glaube ich nicht gewollt stupi stupi oh schön oh nein noch mal schön in die mitte oh schade fast saschka saschka und ah nein joji redding schön stupi oh nein noch mal es kommt noch mal ein gefährlicher ball in die mitte stupi 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 oh schön drüber gelupft ah stupi war zu langsam stupi woki spielten vor oh 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 ach viel zu ach geteckt was muss kurde warte ich probiere mal kurz was ne das war der falsche das sind die autos das ist das so sind wir da richtig entschuldigung weil ich habe bloß gemeint dass ich die autos aber dadurch drücken kann so so saschka ne jetzt bin ich bloß auf einen drauf jetzt ist es richtig nein ich hab's schon wieder verkackt nein ich will das ist schwer jetzt ist es richtig entschuldigung jetzt weiß ich will nicht wie ich die spiele durchdrücken kann gut danke okay sorry aber weiter zum spiel joichi oh ja ich weiß grad nicht wer gestört hat ja schön 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 hm nein stupi ok ah 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 query au ladde knapp ab ins eck und kriegst du hast du geblockt und saschka 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 bringt ihn nein nein ja nicht nein nein er hat doch mit einem double tap bring query in ein quert quert querti 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 ich nenne ihn querti schöne double tap ins eck unten rein tut mir leid für's nicht drücken aber wir haben zwei wach so hast du wie sie sich gehen schön für die und 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 um schöne safe wo okay ja ja schöner doppelt hat und um quer die siebzieht die den reihen mit einem schönen zwölf ja war ein schöner pass muss man muss man sagen war schon den saschka spielt ihn vor jochi wartet ja spielt ihn schön vor querti kriegt ihn wieder ja okay ich bin ja saschka zieht ihn rein schönes beispiel von diesem beispiel ein wunderschön ja doch ja ja doch sie anschein schon das kann shelves ok er und schönes heft gerade noch so wurde gestört okay versucht jetzt ein bisschen viel tricks weiß nicht ob das ist ja irgendwann mal recht da war mal schauen saschka selbst wie zu wacke und ja dessen ja 40 und gg wird definitiv die nächste runde gg an die einzelnen spieler es war auf jeden fall ein diesmal ein sehr einseitiges spiel für die black rocket teilen es muss ich definitiv ein bisschen allein auf jeden fall steht es jetzt 11 jedes team hat es jetzt einmal gewonnen mal schauen wie es weiter läuft ich bin sehr gespannt und ein spieler wechsel von stadt und diesmal nichts komisches drücken herr strogel soll kompliziert werden mittlerweile weiß der herr ja so los geht's das kann besser k es wurde tatsächlich ein spieler wechsel von stadt und der zack ist jetzt reingekommen für der zeige ist n n n juli mal schauen ob der spieler wechsel im dritten spiel gut was bringt im spieler flogen race na kürt die der zack erstört in session oder von saschka stupe stört ja nein aber nein kriegt ihr nicht leider zu hoch wockey aber die zieht ihn rein woken sie den ganzen ganzen also da muss man ja der war wirklich schon sehr gut und eng gespielt und ich muss mal wirklich dazu zu sagen mal schauen wie die weiterhöhung ok race ja weiß der zeige schön schöne vor den spielern verfolgt doch hätte ja backboard aber auch schön an die lange hochschöne raus werden sie ihn wieder nein 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 schade wockey hat ihn wieder reingezogen durch diesen komischen abprall an den pfosten und dann noch mal in den pfosten das war wirklich nicht schöne ball werden sehen wie das war ja das spiel verläuft bei 0 nach einer minute hier bei sarka spiel den vorost wird verpasst ihn leider leider nicht wir sind zu langsam oder zu kurz angeblich gestört wurde er von der rung das zeigte er ist hinten bei den saschka stört band ihn aus dem tor aus stuppet die ist in der spiel dem vorjahr schön wurde ja die besecker schön noch vor was geht die nicht ja leider zu kurz schade 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 ich habe ich möchte ihn rein ja schöner fake von saschka ich werde wahrscheinlich auch eher davon ausgegeben dass das gehen bekommen danke für deinen subscribe walkie fast knapp wurde gut gestört noch mal schade schade nicht ganz geklappt so wie es sich vorgestellt hat und schönes schönes das geht viel zu lang ich muss es unbedingt besser machen hoch die weg mich am arsch geht es lang so besagt ja doch saschka macht ihn rein schade 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 4 0 ja weiß nicht sieht nicht so rosig aus wenn sie sich jetzt noch mal richtig zahm setzen und wirklich guter pass auf saschka er stört schön schöner schuss für weiß schön schöner schuss schöner pass von person schade vielleicht war es jetzt der anstoß für die nächsten man wird sehen wie sich schade schön 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 gut gesagt auch wenn er ihn gebammt hat ja nein wurde gleich gerecht ok schön zu b nein und er sagt ja jawohl er sagt er macht ihn rein schönes denken sie werden sich doch wohl jetzt ja nicht noch mal ein herz fassen mal schauen die letzten eine und viertel minuten der sarka schön stupi nein er schafft es leider nicht dran wo er sich schicken ja schön saschka ja saschka blockt so race race was macht race ja spiel ins nein geht leider nicht ans backboard stupid oh oh ah lade oh race ah wieder lade 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 gibt es ein bedräng nein gibt leider noch kein bedräng ja ne der will einfach nicht da rein wo er nicht rein soll oder wo er eigentlich rein soll aber ich gerade nicht irgendwie der hat irgendwie so nö mich finde ich nicht race hast das geblockt schön oh auf zu race ja schön stupid stupid ah ja 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 schön schöner doppelt ab ah keiner da oh und und besser gesagt oh schade schöner safe ja was eigentlich ich hab's nicht gesehen es ging zu schnell stupid naja was machen sie denn was machen's race 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 ah oh schade uh walkie halten sie ihn oben versuchen sie's ja ah schade black walkies gewinnen das spiel nö 4 zu 2 geht jetzt von starten mal schauen mal schauen mal schauen das vierte war schon das vierte das vierte oder ja denke ich schon an 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 hallo ich komm nicht hinterher mach mal mach mal mach mal nicht so schnell von den matches her steht 21 jetzt das vierte spiel das letzte haben sie 24 zu zweifeln auf jeden fall müssen sie sich jetzt mal ein bisschen dran halten und ja vorwärts kommen definitiv das macht ja schöner dabei hat ans backboard und dann ja 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 definitiv die müssen definitiv gas geben am besten gar nicht mehr vom button runter ich kann man schon ganz schön eng werden nach hinten los schöne safe schön schön löschen was sagt er erste euro ja 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 ich mach's schön schön rein da muss ich gleich mal was möchten hier wo ich mein wasser war ja wo die juni und nein nein das war das war der falsche kam kleiner fehler vom berserker glaube ich noch mit oder nicht doch besser ja egal sie müssen auf jeden fall das tor wieder aufruhen sonst wird es eigentlich nach hinten aus gerade vorbei was macht er was macht er kosten schön das sagt er wollte ihm wahrscheinlich hoch und das eck spielen das köstchen den schönen mitte schön vor weil ich will den schönen ja schön beim wegspiel walkie walkie stiehlt ihn da weil die richtig von der schnauze hat und zieht ihn richtig rein was ok ich hab's doch ein bisschen anders aber so schön 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 und und nein es war leider ein bisschen zu langsam walkie zieht ihn halt wieder rein mit ich habe ich habe das ist sagen das er kann ist naja da wird das geld gleich gestanden walkie spielten wieder schön über das eck Ja, schön vorgespielt. Was macht Dolce? Ja, ja, doch, ja, doch. Ja, doch nicht. Schnappt sich den Keul. Ja, 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 ja. Sascha, ja. Ja, wurde zerstört. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Oh, gut gesagt. Schön, schön, schön. Was macht Berserker? Ah, nee, ja, er wird gesetzt. Ah, Sascha. Ja, wieder Walkie. Walkie, sehr gut. Oh, was für ein schöner Bänger. Das muss man wirklich sagen von Sascha. Sie war wirklich schön gestanden, verließen. Ja, doch. Dieser Heck-Spoiler kann man nur sagen, der war zur richtigen Zeit am richtigen Mal. Oh, ja. Raze. Perserker. Walkie. Walkie. Oh, nee. Wurde gestört. Schön. Und Jochi. Ah, Sascha. Wie die nie gehen ins Eck. Jochi. Sascha. Walkie. die stört zusammenstoß spiel vor schade knapp von beserken das kann dass er gestört jaja schön gesehen ja tag und muss noch einiges in diesen 52 sekunden definitiv aufholen wenn sie noch was schaffen wollen weil sonst kann es sein dass so ist auch gefördert wurde gesagt ja schön oder noch mal rei und sie stört ah nee leider nicht getroffen johann schiffen passieren kompisch kompisch leider noch mal hatte kommt man den laden leider kein bedenken noch mal so viel spielerei wurde das hat versucht noch mal gefährlich gefällig gefällig und versucht noch mal kreiden gg an beiden teams black rockies gewinnt das spiel mit 5 zu 2 war am anfang in den ersten spiel hat schon gut funktioniert bei tabu aber dann leider wie soll ich sagen ein bisschen nach hinten liegen richtig sagt weiß nicht was bei wo ist los war aber ja bei denen hat halt im endeffekt auf einmal die chemik gestimmt aber aber auch einige fädler von tabu aber ja man kann sagen was man es war trotzdem eine aufregung gespielt ich hoffe ich habe die kommentator und ja